Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fahrrad-Simulator. Wie immer der Frontflip und als kleine Zugabe ein Backflip-Can-Can. Alter, das sieht ja geil aus. Wir sind in Shift City. Diese Map wurde komplett überarbeitet und sieht sowas von geil aus. Ich fahr jetzt einfach mal hier längs. Hallo, kommt da, ja, da kommt ein Auto. Das ist ja geil und es hat auch so einen Shader-Look. Wisst ihr, was ich meine? Die Grafik ist so ein bisschen anders. Ist da vorne ein Kran? Oh ja, ich muss springen, ich muss springen. Das war knapp. Ja, Ego-Perspektive kommt ganz geil. Oh ja, durch den Wald, alles klar. Okay. Ist noch gut, ja, ist noch gut, ist noch... Aua. Ja, tipptopp. Ah, okay, es hat einen Speicherstand gesetzt. Oben links. Oh, das sah geil aus. Ist auch ein Timer. Aktuell 45 Sekunden. Alter, das muss ich sagen. Aua. Das haben die so geil gebaut. Und ich glaube, ihr kennt das jetzt auch so ein bisschen mehr, dieser... Ja, das hat einfach so einen ganz anderen Look. Sofern ihr überhaupt was seht. Leute, ihr müsst dann bei euch am Handy vielleicht mal ein bisschen heller machen. Aber das ist schon richtig geil. Oh, nicht auf die Schnauze fallen. Oh, das war knapp. Da war ein Auto. Wir fahren 90 Stundenkilometer. Und... Zack. Als ob. Aua. Oh nein, jetzt muss ich... Jetzt muss ich wieder von hier oben anfangen. Aber ich hätte das auch ansonsten nicht geschafft. Weil ich habe da, glaube ich... War das ein dreifacher oder ein vierfacher Frontflip, den wir gerade probiert haben? Das würde ich eigentlich auch ganz gern nochmal machen. Einfach nur... Zack. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Lande... Aua. Ich will doch da nur landen. So, vielleicht ein bisschen langsamer. Damit ich jetzt... Ja, 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 ja. Okay. Aber das war... Das war richtig. Und wichtig. Weil man muss da ein bisschen langsamer fahren. Okay. Sonst klatscht man da nämlich viel zu krass drauf. Hallo, warum... Warum ist mein Licht plötzlich ausgegangen? Hallo. Aber ich wahrscheinlich zu langsam bin. Das ist... Das ist ein Skandal. Ganz ehrlich. Warum haben die mein Licht ausgemacht? Oder kann ich das selber anmachen? Nee. Okay, kein Problem. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das. Ich bremse ein bisschen. Und jetzt. Ja, 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 ja. Nein. Verdammt. Ach, Mann. Jetzt hör doch auf, mir mein Licht zu klauen. Ah, nee. Es wird einfach Tag. Das ist... Guck mal, weil es wird jetzt alles hier ein bisschen heller. Nur ein bisschen langsamer. So ein paar kmh. Mann. Sag mal, jetzt habe ich die Rampe nicht getroffen. Jetzt sieht man auf jeden Fall diesen Shader-Look. So nennt sich das, glaube ich. Früher gab es auch ein paar Spiele, die diesen Look hatten. Nein, 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 nein. Oh! Ich gebe nicht auf. Ich will das jetzt schaffen. Mittig, 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 mittig. Okay, mittig, mittig, mittig. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, 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 ja. Oh, perfekt. Perfekt. Und rein da. Let's go. Das Geile an der Map ist, es wird jetzt alles komplett neu generiert. Wenn wir jetzt nämlich hier einfach mal runterfahren... ...ist... ...aber alles neu. Okay. Ich nehm jetzt... Ich drifte hier mal ein bisschen mehr auf der Innenseite, damit ich nicht nochmal in den Gegenverkehr komme. Alter, das ist schon geil gemacht. Allein, was für einen Wiederspielwert das Ganze hat. Weil... Oh, Alter, der... Der eine ist einfach rausgeschert. Habt ihr das gesehen? Okay, Bruni, du musst jetzt nicht von hinten kommen. Oh, Autos. Oh, das wäre geil gewesen, hätte ich das geschafft. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich nicht hier... Oh, Autos. Alter, da bin ich geil durch. Da könnt ihr... Aua. Sagen, was ihr wollt. Den Anfang, das war ganz geil. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Da kommen nämlich wieder welche. Stau. Habe ich gerade mit meinem Fahrrad das Auto weggekickt? Hat sich zumindest so ein bisschen... Ich muss jetzt bremsen. Hier durch. Okay, ein bisschen bremsen, ein bisschen runter. Ja, hier den kleinen Sprung. Gegen die Wand. Okay, warte mal. Wir gehen mal hier. Ha, wir könnten auch da oben längs, ne? Oh, das ist... Also, wenn ich es jetzt nochmal verkacken sollte, was ziemlich wahrscheinlich ist, ist... Oh, schöner Sprung. Aua. Dann fahre ich jetzt nämlich hier einen ganz sneaky way. Und zwar... Ja, okay. Schon verkackt. Entschuldig. Es gibt da oben nämlich noch einen Weg. Okay. Den ich jetzt ausprobieren werde. So. Man fährt... Ja, okay. Man fährt hier. Boah, im Dunkeln ist das... Ist nicht gut munkeln. Hier der Sprung. Oh, ja. Genauso macht man es. Kann ich hier? Ja, man kann hier längs. Und dann hopp. Ach, Mist. Aber das ist gut. Junge, ich dribble einfach das Level. Zack. Weil ich bin mir nicht sicher, ob man hier tatsächlich längs fahren darf. So, warte mal. Vielleicht jetzt hier einfach nur droppen. Wupp. Mann! Okay. Ich habe das Gefühl, das gibt immer den Eierquetscher 9000, wenn er von so einer Höhe springt. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt ist gut. Jetzt einfach Glück. Glück, 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 Glück. Ja. Sag mal. Okay. Vielleicht sollten wir dann doch die Sprungschanze nutzen. Die musst du halt richtig gut retten. Ja. Okay. Jetzt ist schon wieder das Licht ausgegangen. Oh, Alter. Wie habe ich den denn gerade... Habt ihr das gesehen? Junge, ich habe einfach das Auto weggefetzt. Oh, nein. Nein. Ach, das war doch so klar. Okay. Alles easy. Nein. Ey. Wenn da in dieser Kurve der Stau ist, den kannst du halt auch nicht riechen. Aber fahr doch einfach ein bisschen langsamer. Ja. Das ist leichter gesagt als getan. Kleiner Sprung. Ja. Guck mal. Das war doch jetzt ganz geil. In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Oh, ja. Geschafft. Let's go. So weit waren wir noch nie. Jetzt hier einfach durch. Oh, nein. Was erwartet mich jetzt hier gleich? Oh Gott. Wir werden immer schneller. Immer schneller. Nein. Checkpoint. Geiles Ding. Ja. Geil, geil, geil. Oh. Gut abgefangen. Jetzt dem ausweichen. Nein. Warum? Ey. Das ist auch eine Verhasche. Das ist einfach... Ah ja, genau. Jetzt fährt er mich auch noch an. Auf dem Fahr... Also auf dieser Sprungschanze... Aua. War einfach... Frickin' Auto. Jetzt vielleicht... Au. Alter. Wie der gefetzt hat. Alles gut. Hier in der Mitte. Jetzt bloß nicht zu viel Geschwindigkeit. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt nicht... Keinen Highspeed. Genau. Weil... Hier kommt... Jo. Eine Kurve. So. Das Ding treffe ich diesmal. Sehr gut. Oh. Hier müssen wir unbedingt drüber. Sehr, sehr nice. Ja. Wir wissen... Obwohl... Ich glaube vom Speed her geht das dieses Mal klar. Hopp. Einfach nur hoch. Pfff. Man. Oh. Junge. Das war knapp. Aber ganz gut gelöst. So. Diesmal müssen wir schneller sein. Diesmal versuche ich vielleicht selber auch aktiv nochmal zu springen. Bitte. Kein Auto soll jetzt nach links oder rechts fahren. Und hopp. Ja, 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 ja. Sag mal. Das musst du doch schaffen. Oh, Alter. Ja, was war das denn? Das sah ganz geil aus. Gut. Aber hier muss ich jetzt wieder Tempo runternehmen. Weil sonst fette ich aus der Kurve. So. Aber sobald es dann hier auf die Gerade geht, sollte ich vielleicht mal gucken, nicht die Sprungschanzen zu nehmen. Genau. Wir riskieren es. Oh, ja. Das könnte sogar ganz geil werden. Weil jetzt haben wir wirklich den Speed. Ja, 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 ja. Oh. Guter Flug. Guter Flug. Und rein. Bam. Let's go. Oh. Und jetzt ist es wieder eine... Ist das eine neue Map? Ja. Das ist auf jeden Fall eine neue Map. Weil dann... Da ist plötzlich ein Wald. Als ob. Die ist... Ey, das ist so geil. Weil du halt jedes Mal wieder eine komplett neue Map bekommst. Jetzt bin ich aber viel zu schnell. Ich fahre... Ich fahre gerade... Aua. Wie schnell wir... Hatten wir 100 kmh? Locker, oder? Ja. Kleine Abkürzung, bitte. Oh. Zum ersten Mal sind wir, glaube ich, durch diese komischen weißen Autos da gekommen. Kann ich hier ein bisschen on the wall grinden? Gut. Lassen wir einfach mal. Krass. 105. Okay, da müssen wir bremsen. Da hast du ja sonst gar keine Scheu. Wir werden viel zu schnell. Okay, hier kann ich noch ordentlich Gas geben. Das ist alles easy. 70 Stundenkilometer auf dem Fahrrad. Chillig. So, jetzt wird's... Jetzt wird's ein bisschen haarig. Jetzt muss Paletto mal bremsen. Führen diese beiden Wege irgendwo hin? Nee, nicht so wirklich. So. Ganz entspannt. Bisschen nach rechts hier wieder. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Sprung. Okay. Nein, Auto, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Das war knapp. Oh, jetzt kann's sein, dass es plötzlich wieder dunkel wird. Jaja, wir haben den einen Tag komplett hinter uns gebracht. Gleich geht auch wieder wahrscheinlich unser Fahrradlicht an. Okay, ich versuche mich vielleicht dieses Mal links zu halten. Und dann auch hier links auf der Linie zu bleiben. Oh ja. Oh ja, da kommt mir ein Auto entgegen. Jetzt in die Mitte. Oh, es geht wieder in den Wald. Es geht wieder in den Wald. Ach, komm. Ich sehe nichts. Okay. Okay, wir kriegen übertrieben Speed. Nein, nein. Warum? Mach nicht. Wir fahren immer noch. Wir fahren immer noch. Bitte. Nein, nein, nein. Fall nicht hin. Nein. Ey, wenn du mir jetzt keinen Checkpoint gibst, ich schwöre dir. Oh, Gott sei Dank. Alter, ich weiß nicht, wie schnell wir waren, aber wir hatten schon ganz gut Highspeed drauf. So, oh, guck mal. Da ist jetzt auch wieder unser Licht angegangen. Sehr gut. Safety first. Ja, okay. Wir sind wieder in the city. Oh, schafft er, schafft er. Oh, Alter, wo sind... Aua. Hä, mein Controller funktioniert nicht mehr. Okay, ich muss ganz kurz scheinbar hier mit lenken. Damit bin ich zwar unfassbar schlecht. Ich weiß, weil das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich mit dem hier bremsen kann. Ja, hier komme ich, so komme ich doch. Aua. Wie, wie, wie bremse ich? Hallo, Hilfe. Nee, so geht das nicht. So werde ich da niemals durchkommen. Okay, ich muss jetzt hier selbst mal... Ich drücke alles durch. Ah, Leertaste. Okay, Leertaste. Es ist einfach schon wieder komplett dunkel. Ja, guck mal hier. Einfach schön durch den Tunnel. Ja, sehr gut. Hopp. Okay, muss ich da jetzt gleich... Da muss ich doch bestimmt gleich wieder irgendwo hochspringen. Ich kenne euch doch. Hopp. Gegen die Wand. Oh, nee, ich bin wieder hier. Sag mal, ey, bitte. Lass mich doch einfach fahren. Ich verstehe nicht, warum mein Controller plötzlich nicht mehr funktioniert. So, den Sprung. Was war das denn gerade? Alter, okay. Oh, ich muss Gas geben. Ja, ja. Äh, da ist das Ziel. Bodi, warte, 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 warte. Mach nicht diesen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Was passiert hier? So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fahrrad-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf weitere Maps habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Hier ist jetzt auch noch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne vorbei. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss, tschau.